Musik Starte ihn mal. Enttäusch mich nicht. Musik 1, 2, 3 5, 3 5, 4 Musik 2, 1, 3 5, 6 5, 7 6 9 Musik Hey, sieh zu, dass du dich zwischen den Cops und den Crews aus dem Staub verbreitest. Nimm meinen Wagen. Los, verschwinde! Dramatische Musik Hey, praten wir wieder dais. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Dieser Typ, der kommt nicht von hier. Verdammt lange her, Junge. Wie viel bringt er? 150 Riesen. David? Kümmer dich um ihn. So, so. Darauf hast du es also abgesehen. Niki, jetzt wird's interessant. Wieso kreuzt du hier wieder auf? Ho, 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 hey, 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 halt die Luft an, ja? Ich weiß nicht, was passiert ist, als du verschwunden bist. Aber ich weiß genau, dass du mir noch eine Menge Kohle schuldest. Langsam wird's eng hier in der Gegend. Immer mehr Crews kämpfen um immer neue Territorien. Ich könnte jemanden mit deinem Können gut gebrauchen. Ich sag's mal so. Ich hab dir zweimal den Hals gerettet. Jetzt hast du mir ihn gefallen. Niki, willst du nicht deinem alten Freund zeigen, wie es geht? Du machst einen Scherz, oder? Hast du eine bessere Idee? Er soll anfangen. Jetzt sofort. Enttäusch mich nicht. Nicht wieder. Nicht wieder. Danke fürs Warten, Neville. Ja, ja, ist doch klar, Niki. Hey, äh, wer ist denn das da? Spielt keine Rolle. Darius stellt dir diese Wagen zur Verfügung. Nimm einen, ist egal welchen. Hey, sag mal. Fällt da einer für mich ab? Ich, ich meine, ich würde jeden nehmen, aber der mit den coolen Felgen gefällt mir am besten. Sieh doch erstmal zu, dass die Tanks voll sind. Na klar. Ich bin hier der Blöde! Nimm irgendeinen. Lass uns keine Zeit verlieren.